Der FC Lehrzgebirge Aue ist ein Fußballverein aus Aue in Sachsen, der 1949 als BSG Pneumatik Aue gegründet wurde und zwischen 1956 und 1959 als SC Wismut Karl Marx statt drei DDR-Meisterschaften gewann. Von 1963 bis 1990 gehörte der Verein als BSG Wismut Aue der DDR-Oberliga an. Nach weiteren Umbenennungen in FC Wismut Aue und FC Lehrzgebirge Aue spielte die Mannschaft von 2003 bis 2008 sowie von 2010 bis 2015 und wieder ab 2016 in der 2. Bundesliga. Der FC Lehrzgebirge Aue trägt seine Heimspiele seit 1950 im Erzgebirgsstadion aus, das Platz für 15.690 Zuschauer bietet. Die Frauenmannschaft des Vereins ist in der Regionalliga Nordost vertreten. Außerdem hat der Verein eine Ringer-Mannschaft, die 2013 in die 1. Ringer Bundesliga aufstieg. Geschichte Vor dem Zweiten Weltkrieg war Aue niemals Land im deutschen Spitzenfußball. Lediglich um die 1920er und 1930er Jahre tauchte ein VfB Aue Zelle im drittklassigen Fußballgau-Erzgebirge 1er auf. Er stieg 1932 in die viertklassige Liga Erzgebirge 1b ab. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf Betreiben der sowjetischen Besatzungsmacht in Ostdeutschland alle Sportvereine auf Dauer aufgelöst. Um die zunächst in engen regionalen Grenzen zugelassenen Sportwettkämpfe durchführen zu können, gründeten Sportler im Sommer 1945 die Sportgruppe Aue, kurz SG Aue, die sich auf die Fußballtradition des SV Aue stützte und sich im Wesentlichen mit Fußball beschäftigte. Zunächst fanden nur Freundschaftsspiele statt. Ab Sommer 1946 fanden Ligaspiele auf Kreisebene statt. Auch in der Spielzeit 1947-48 still wurde wie in ganz Sachsen nur auf Kreisebene gespielt. Allerdings wurde diese Saison wegen Terminmangel vorzeitig abgebrochen. Die auf den beiden ersten Plätzen liegenden Mannschaften von Lauter und Aue wurden als Aufsteiger in die Bezirksliga Westsachsen eingestuft. Nachdem ab 1. August 1948 die Gründung von Vereinen und Sportgemeinschaften in der SBZ zugelassen worden war, wurde am 3. August 1948 im Auer Café Freundschaft die Sportgemeinschaft Aue gegründet. In der Saison 1948-49 still qualifizierte sich die nunmehrige BSG Pneumatik Aue mit einem 4. Platz für die Landesklasse West und wurde dort in der darauffolgenden Saison 1949-50 still Tabellenerster und qualifizierte sich somit für die DDR-Liga. Süd, die 2. DDR-Liga, als ab 1948 in der sowjetischen Besatzungszone der Sportbetrieb in Betriebssportgemeinschaften organisiert wurde, übernahm das Pneumatikwerk Aue die Sportgemeinschaft und wandelte sie am 24. September 1949 in die BSG Pneumatik Aue um. Den Vorgaben für Betriebssportgemeinschaften entsprechend wurden jetzt mehrere Sportarten angeboten. Doch blieben die Fußballspieler weiter tonangebend. Im Sommer 1950 übernahm die Saag Wismut als neuer Trägerbetrieb die BSG, die daraufhin in BSG Zentra Wismut Aue umbenannt wurde. Bereits ein Jahr später wurde der Name in BSG Wismut Aue verkürzt. In der Saison 1950-51 still belegte die jetzt als Zentra Wismut Aue spielende Mannschaft den 1. Platz in der DDR-Liga Süd. Nach einem 3-0-Sieg über den qualifikanten Anker Wismar aus der DDR-Liga Nord im Entscheidungsspiel in Magdeburg am 6. Mai 1951 gelang Wismut Aue der Sprung in die DDR-Oberliga. Nach dem 7. Tabellenplatz in der ersten Saison 1951-52 still wurden die Aue 1952-53 still Tabellenzweiter hinter Dynamo Dresden. Da beide Mannschaften punktgleich waren, entschied ein Entscheidungsspiel über die Meisterschaft. Dieses wurde in Berlin mit 2 zu 3 nach Verlängerung verloren, so dass der Titel nach Dresden ging. 1954 bis 1963 SC Wismut Karl Marx statt im DDR-Sportsystem unterstand die Aue Betriebssportgemeinschaft der Zentralen Sportvereinigung Wismut. 1954 gründeten die großen Sportvereinigungen in den traditionellen Sportschwerpunkten Sportclubs und die Sportvereinigung Wismut verfolgte den Plan, ihren Sportclub in der Bezirkshauptstadt Karl Marx statt Sitz der Zentrale des Wismut-Betriebes einzurichten. Wie auch bei den anderen DDR-Sportclubs sollte eine Fußballsektion Grundpfeiler sein, und so war geplant, die Sektion Fußball der BSG Wismut-Aue als neue Sportclub-Sektion nach Karl Marx Stadt umzusiedeln. Die Auer-Fußballspieler hatten sich inzwischen durch ihren Aufstieg in die höchste DDR-Fußballklasse, der Oberliga. Viele sympathieren in der 40 Kilometer von Karl Marx Stadt gelegenen Bergarbeiterstadt erworben, und so brach ein Sturm der Entrüstung aus, als die Umzugspläne bekannt wurden. Daraufhin machten die Sportfunktionäre einen Rückzieher, riefen zwar am 13. November 1954 den SC Wismut Karl Marx Stadt ins Leben, ließen jedoch die Mannschaften der Sektion Fußball weiterhin in Aue spielen. Auch die Sportvereinigung Motor hatte mit dem SC Motor Karl Marx Stadt ihren Sportclub in Karl Marx Stadt angesiedelt. Nach der Umbenennung in SC Wismut Karl Marx Stadt begann die erfolgreichste Zeit des Vereins. Nach einem 4. Platz in der Saison 1953-54. in der Heinz-Satrapa-Torschützenkönig wurde, erreichte Wismut 1954-55. erneut die Wietzenmeisterschaft. Diesmal hinter Turbine Erfurt. Der Wismut-Stürmer Willi Kröger wurde in dieser Saison mit 22 Treffern Torschützenkönig. Als Ersatz für die entgangene Meisterschaft gewann der SC Wismut in diesem Jahr den FDGB-Pokal. Das Finale in Leipzig gewann die Mannschaft trotz der verletzungsbedingt fehlenden Kröger. Sattrapa und Freitag mit 3 zu 2 nach Verlängerung gegen Empor Rostock. Durch die Umstellung des Ligasystems auf das Kalenderjahr gab es 1955 eine Übergangsrunde, die Wismut Karl Marx Stadt gewann. Es wurde kein offizieller Meistertitel vergeben, doch bekam der Verein als Preis einen neuen Mannschaftsbus. Nach dem Gewinn der Übergangsrunde 1955 errangen die Auer auch den Meistertitel 1956 und konnten ihn 1957 verteidigen. 1959 konnte der Verein zum dritten und letzten Mal die DDR-Meisterschaft gewinnen. Außerdem bestritt die Mannschaft zwischen 1957 und 1960 insgesamt 16 Europapokalspiele. 1957, 58. gegen Guardia Warschau und Ajax Amsterdam, 1958, 59. gegen Petro-Louis Ploiesti, IFK Gülteborg und Young Boys Bern und 1960, 61. nach dem Verzicht des Glenhaven FC gegen Rapid Wien. Am weitesten kam der Verein im Europapokal der Landesmeister 1958, 59. als erst im Viertelfinale gegen Young Boys Bern das auskam. Nach zwei Unentschieden wurde das Entscheidungsspiel in Amsterdam mit 1 zu 2 verloren. Zuvor waren der rumänische Verein Petro-Louis Ploiesti und der schwedische Verein IFK Gülteborg bezwungen worden. Am 1. Juli 1963 wurde der SC Wismuth zugunsten des erwähnten SC Motor aufgelöst. Die Auer-Wismuth-Fußballmannschaften traten wieder als BSG Wismuth Auer an. Damit hatten die strukturellen Umbrüche ihr vorläufiges Ende gefunden. Die BSG Wismuth Auer hatte Bestand bis zum Ende des DDR-Sports. Nach der Rückbenennung der Mannschaft in Wismuth Auer erreichte der Verein zumeist Plätze im Mittelfeld der Tabelle oder spielte gegen den Abstieg. Am 16. April 1966 trat die Oberliga-Fußballmannschaft der BSG Wismuth im Punktspiel gegen Hansa Rostock erstmals mit lila-weißen Trikots an und wurde daher Später als Pfeilchen bezeichnet. 1. 1974 75 und 1. 1980 81 gelang jeweils erst am letzten Spieltag der Klassenerhalt. 1985 wurde unter Trainer Hans-Ulrich Thomale mit dem vierten Platz der Einzug in den UEFA-Pokal-Wettbewerb erreicht. Jedoch schieden die Pfeilchen in der 1. Runde gegen Dnipro-Dnipro-Petrosk aus. 1987 gelang dem Verein noch einmal der Europapokal-Einzug, jedoch scheiterten die Auer erneut früh. Nachdem Valoraj Javik in der 1. Runde geschlagen worden war, scheiterte Auer als letzter DDR-Vertreter im Europacup in der 2. Runde am albanischen Vertreter Flamuotari Faulora. Nachdem Auer 1987 88 durch einen 1-0-Auswärtssieg in Magdeburg dem Abstieg entgangen war und sich 1988 89 mit einem 7. Platz, die erneute Intercup-Teilnahme gesichert hatte, stieg Auer in der vorletzten Oberligasaison 1989 90 erstmals in die DDR-Liga ab. Mögliche Ursachen dafür sind das Verlassen der Mannschaft durch die Spieler Jens König, André Köhler und Thomas Weiß vor dem Intercup-Spiel in Göteborg und der Trainerwechsel von Schulze zu Ischer im Januar 1990. Insgesamt spielte der Verein 39 Jahre in der höchsten Spielklasse der DDR so lange wie keine andere Mannschaft. 1990 bis 1993, als nach der politischen Wende von 1989 die K-Sekundensystem der Betriebssportgemeinschaften aus ökonomischen Gründen nicht aufrechterhalten werden konnte, gründeten in Auer Mitglieder der BSG Wismut am 14. Februar 1990 den Verein FC Wismut Auer. Zunächst hielt die Wismut noch an ihrer damaligen Werksmannschaft fest. Nach der Wiedervereinigung und der folgenden Umstrukturierung der SDRG Wismut zum Sanierungsunternehmen Wismut GmbH sank allmählich das Interesse am Klub. Sportlich sah es zunächst kaum besser aus. Trainer Jürgen Escher sowie Co-Trainer Konrad Schaller, beides ehemalige Spieler von Wismut, blieben nach dem Abstieg im Amt. Während Harald Motes sowie elf weitere Spieler den Verein verließen. Nach anfänglichen Erfolgen in der Staffel B der DDR-Liga 1991, wie dem 7-0-Sieg gegen Kalivera Tiefenort, wurde das Trainerduo bereits im November 1990 nach mehreren Römi und einer schließlich entscheidenden Niederlage gegen den Chemnitzer SV 1951 entlassen. Der Vorstand holte Klaus Topmöller als Nachfolger ins Erzgebirge. Unter seiner Amtszeit verloren die Feilchen kein einziges Spiel mehr, wodurch Auer um den ersten Platz kämpfte. Am 22. Mai 1991, am vorletzten Spieltag der Saison beim FSV Zwickau, wurde das Spiel beim Stand von 4 zu 1 für Auer aufgrund von Ausschreitungen Zwickauer Juligens abgebrochen. Nach einem Urteil des mittlerweile zuständigen nordostdeutschen Verbandes wurde das Spiel mit diesem Stand für Auer gewertet. Wodurch Auer am Ende der Saison in der Abschlusstabelle um ein Tor in der Differenz hinter den erstplatzierten Zwickauern lag. Damit verpasste das Team die Relegationsrunde für die 2. Bundesliga. Auch Trainer Klaus Topmöller verließ den Verein nach dem Vorfall. In der folgenden Saison 1991, 92. ging Wismut Auer in der drittklassigen Oberliga Nord-Ost-Süd an den Start. Stefan Persigel, der in der Vorsaison 22 Tore geschossen hatte, wechselte zu Hansa Rostock. Dafür kamen Uar, Jörg Kirsten vom FC Sachsen-Leipzig und Mike Fasse. Kirsten war mit 20 Treffern nach Saisonende der beste Auer-Torschütze der Spielzeit. Auch Ronny Thielemann, welcher bis 1999 bei den Feilchen blieb, sammelte erste Erfahrungen. Neuer Trainer wurde der Co-Trainer der Vorsaison Heinz Eisenkrein. Mit ihm schlug Auer den Erzfeind FSV CK, welcher den Aufstieg in der Relegation verpasst hatte, im Hinspiel mit 2 zu 1, wodurch Auer kurzzeitig Tabellenführer wurde. Nach der Winterpause ging es allerdings abwärts. Nach zwei Niederlagen im März gegen Wacker Nordhausen und den 1. FC Mark Kleberg wurde Heinz Eisenkrein beurlaubt und durch den ehemaligen DDR-Nationalspieler Lutz Lindemann ersetzt. Er führte die Mannschaft zu Rang 2 in der Endtabelle. Damit verpasste Auer als Tabellenzweiter erneut die Ausscheidungsspiele zur 2. Bundesliga. Zur Saison 1992-93 verließen die Auer-Torschützen Jörg Kirsten und Steven Zweigler, die zusammen in der Vorsaison 39 Treffer erzielt hatten. So wie weitere Stammspieler den Verein und gingen überwiegend zu Mannschaften Hörklassiger liegen. Dem sportlichen Verlust folgte ein wirtschaftlicher Rückschlag. Die Wismut GmbH zog sich im Juni 1992 aus dem kompletten Fußballgeschäft zurück. Da das Unternehmen bis dahin weiterhin einziger Hauptsponsor und zusätzlich Arbeitgeber für Spieler und Trainer war, stand der FC Wismut Auer nach dem Rückzug vor dem Bankrott. Die Vorstandsmitglieder und Trainer Lindemann suchten nun nach neuen Geldgebern. Neben einigen privaten Spendern wurden die Feierchen durch den Landkreis und den neuen Hauptsponsor Bellheimer Bier unterstützt. Wichtigster Gewinn waren allerdings die zwei Unternehmerbrüder Leonhardt, von denen Uwe Leonhardt schließlich Präsident wurde. Sie brachten den Verein wirtschaftlich schrittweise wieder nach vorn. Zunächst bekam der FC Wismut nach dem Rückzug der Wismut einen neuen Namen, welcher den Verein als Aushängeschild der Region darstellen sollte. So wurde er zu Beginn des Jahres 1993 in FC Lehrzgebirge Auer umbenannt. Zudem wurde im Frühjahr des Jahres der Förderkreis des Vereins gegründet. Diesem gehören seitdem regelmäßige Sponsoren des FC Lehrzgebirge an. Sportlich hielt sich die dezimierte Mannschaft im oberen Mittelfeld. Viele Anhänger des Vereins blieben nach der tabellarischen und spielerischen Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr trotzdem zu Hause. Bei einigen Heimspielen besuchten weniger als 1.000 Fans das Erzgebirgsstadion. Nach Erfolgen gegen den SC Weimar und Wacker Nordhausen am Ende der Saison wurden die Pfeilchen siebter. 1993 bis 2010. Nach zunehmender wirtschaftlicher Stabilität gab es zur Saison 1.993 vierundneunzigste wieder nennenswerte Neuzugänge. Diese hießen Z. B. I. Mudachiru Amadou, Boris Lucic oder Mirko Ullmann. So konnte der Verein auch den Abgang von Enrico Barth verkraften. Letztendlich qualifizierte sich Aue mit dem dritten Platz für die neu eingeführte Regionalliga Nordhost. Dort erreichte der Verein in den folgenden Jahren stets einstellige Tabellenplätze. Am 1. Juli 1999 übernahm der damals 46-jährige Gerd Schädlich das Amt des Cheftrainers. Aue qualifizierte sich sofort im ersten Jahr für die neu gegründete Regionalliga Nord. Außerdem qualifizierte sich der Verein erstmals seit 1991 2. für den DFB-Pokal. Dort verlor Aue allerdings mit 0 zu 3 gegen den Hamburger SV. Bald wurde Erzgebirge Aue nach einem 7. Platz und einem 9. Platz in der Saison 2002. 2002.03.1. der Regionalliga Nord und stieg dadurch in die 2. Bundesliga auf. Dort belegte der Verein nach der ersten Saison den achten Tabellenplatz und erreichte in den beiden folgenden Spielzeiten 2004.05. und 2005.06. jeweils. Den siebten Platz. 2006.07. wurde der FC Leerzgebirge zehnter. Im DFB-Pokal 2005.06. kam Aue erstmals durch einen Sieg gegen die Amateurmannschaft des VfL Bochum mit 3 zu 2 in die 2. Runde. Dort schied Aue mit 0 zu 1 gegen den FC Bayern München aus. Nach einer 0 zu 5 Niederlage beim TSV 1860 München im letzten Spiel vor der Winterpause in der Saison 2007 08 und dem damit verbundenen Verbleib auf. Einem Abstiegsplatz trat schädlich am 17. Dezember 2007 nach mehr als 8 Jahren von seinem Trainerposten zurück. Auch unter dem neuen Cheftrainer Roland Seitz rangierte der Verein weiter auf einem Abstiegsplatz. Am 21. April 2008 trennte sich der Verein von Seitz. Nachfolger wurde Heiko Weber, der jedoch den Abstieg in die neu gegründete 3. Liga erwartungsgemäß nicht mehr verhindern konnte. Nach einem enttäuschenden 12. Platz in der Saison 2008 09 wurde Weber am 3. Juni 2009 entlassen. Nachfolger wurde am 8. Juni 2009 der bisherige Co-Trainer Rico Schmidt. Marco Kämpfe wurde neuer Co-Trainer. In der 1. Runde des DFB-Pokal 2008 09 gewann Aue mit 5 zu 4 I. E. gegen den FC St. Pauli. In der 2. Runde folgte mit einer 1 zu 2 Niederlage gegen Werder Bremen das Ausscheiden. Am 30. April 2010 machten die Feierchen bereits am vorletzten Spieltag der 3. Liga nach zweijähriger Abwesenheit den Aufstieg in die 2. Bundesliga mit einem 2 zu 1 Sieg gegen den Konkurrenten Eintracht Braunschweig Perfekt. 2010 bis 2015. Wieder in der 2. Um in der 2. Bundesliga bestehen zu können, wurden unter anderem Enrico Kern, Kevin Schlitte und Oliver Schröder ablösefrei vom Absteiger der Vorsaison Hansa Rostock sowie Fabian Müller vom 1. FC Kaiserslautern und Adli Lachheb vom Halleschen FC verpflichtet. Der Torwart-Trainer Jörg Weißflug wurde von Russi Petko abgelöst. Diese Veränderungen erwiesen sich als hilfreich. Da die Mannschaft nach dem Wiederaufstieg in der Saison 2010-11. nach einem gewonnenen Nachholspiel gegen den FSV Frankfurt sogar überraschend. Herbstmeister wurde. Ende März wurde der Vertrag mit Trainer Rico Schmidt bis zum 30. Juni 2013 verlängert. Besonders auffallende Ergebnisse waren aus Auer Sicht im positiven Sinne der 5 zu 1 Sieg im Aachener Tivoli und der 3 zu 0 Sieg gegen Arminia Bielefeld und im negativen Sinne die 0 zu 6 Niederlage im Hinspiel gegen Energie Cottbus und die 0 zu 3 Niederlage bei Fortuna Düsseldorf. Am 31. Spieltag beim Heimspiel gegen Energie Cottbus wurden im Gästeblock Feuerwerkskörper gezündet. Es wurden 38 Strafanzeigen gestellt. Das Spiel endete nach 10 Minuten Nachspielzeit 1 zu 2 für das Gäste-Team. Vor dem letzten Heimspiel der Saison gegen Hertha BSC hatte sich der damals 37-jährige Thomas Kos, welcher langjähriger Kapitän der Feilchen war, nach sieben Spieljahren vom Verein verabschiedet. René Klingbeil übernahm im Laufe der Saison den Kapitänsposten. Die Führung in der Tabelle konnten die Feilchen allerdings nicht halten, als Tabellenfünfter wurde am Saisonende 2010 Elftel kein Aufstiegsplatz erreicht. Im DFB-Pokal 2010 Elftel schied Auel in der ersten Runde gegen Borussia Mönchengladbach mit 1 zu 3 aus. Zur Saison 2011 Zwölftel wurden die vier Offensivspieler Ronny König von Rot-Weiß Oberhausen, Christian Kappöck von Wacker Burghausen, Guido Koscher vom SV Babelsberg 03 und Mike Könnecke von der Amateurmannschaft des VfL Wolfsburg verpflichtet. Zur Winterpause wurde mit Halil Savran ein weiterer Stürmer gekauft. Die Saison begann gut, da die Feilchen nach zehn Spieltagen im gesicherten Mittelfeld der Tabelle lagen und somit das Saisonziel-Klassenerhalt zu diesem Zeitpunkt übertroffen hätten. In den nächsten zwölf Spielen gelang den Feilchen aber nur ein Sieg bei Dynamo Dresden, so dass Trainer Rico Schmidt nach einem Römi gegen Eintracht Braunschweig am 22. Spieltag entlassen wurde. Neuer Trainer wurde der ehemalige Bundesligaspieler Carsten Baumann. Mit ihm wurde der Klassenerhalt als 15. noch gesichert. Im Pokal wurde Aue dem 1. FC Saarbrücken zugelost gegen welchen ein 3 zu 1 Sieg in V gelang. In der zweiten Runde folgte gegen den 1. FC Nürnberg eine Niederlage. Nach dem unbefriedigenden Abschneiden in der Vorsaison verließen Tobias Kempe, Adli Lachheb sowie drei weitere Spieler den Verein vor der Saison 2012 Dreizehntel. Als Ausgleich wurden drei U23 Spieler und mehrere Akteure mit Erstliga-Erfahrung in osteuropäischen Ligen verpflichtet. Zusätzlich wurde der Stürmer Jakob Silvestraße von Dynamo Zagreb ausgeliehen. Dieser verhalfe den Pfeilchen mit zwei Toren zum ersten Pflichtspiel-Sieg der Saison. Als Außenseiter schlug Aue im DFB-Pokal 2012 Dreizehntel Eintracht Frankfurt mit 3 zu 0. In der zweiten Runde schied Aue mit 0 zu 2 auswärts gegen den FSV Mainz 05 aus. In der Liga kamen die Pfeilchen während der ganzen Saison in die Top Ten der Tabelle. Folglich mussten die Auer-Spieler gegen den Abstieg kämpfen. Während der Saison wurden die Spieler Michael Fink und Kevin Personi nach Aue geholt. Durch zwei 3 zu 0 Siege gegen den FC St. Pauli und Energie Cottbus gelang es, auf dem elften Tabellenplatz in die Winterpause zu gehen. Nachdem es in der Rückrunde wieder abwärts ging, entließ der Verein zunächst Sportdirektor Steffen Heidrich und nach dem 31. Spieltag auch Trainer Carsten Baumann. Dieser wurde durch Falko Götz ersetzt. Zum Saisonfinale mussten die Pfeilchen um Platz 15 spielen. Direkter Konkurrent war dabei Ezri Valadunamo Dresden. Durch einen 1 zu 0 Sieg am letzten Spieltag gegen den SV Sandhausen wurde durch das bessere Torverhältnis der 15. Platz gesichert und der Abstieg verhindert. Jan Hochscheid verließ Aue vor der Saison nach Eintracht Braunschweig. Er sollte unter anderem durch die Neuzugänge Avidas Novikovas von Hart auf mit Lohien, Solomon Okoronko vom Peksi Meschek FC oder Slatko Janjic vom SV Wehenwiesbaden ersetzt werden. Nach einem schwachen Start mit dem Erstrunden aus im DFB-Pokal und dem 15. Tabellenplatz nach 17 Spieltagen wurde Aue im Winter 2014 durch Frank Löning vom SV Sandhausen und den Slowaken Philipp Lukchik verstärkt. Besonders Löning zeigte in der Rückrunde gute Leistungen. Herausragender Auer-Spieler war Jakob Silvestraße mit 15 Toren. Er wurde gemeinsam mit Maher Salik Torschützenkönig dieser Zweitliga-Saison. Nachdem Aue nach dem 32. Spieltag den Klassenerhalt sicher hatte, schlossen die Feierchen die Saison auf Tabellenplatz 14 ab. Seit 2015, nach einem schwachen Start in die Saison 2014-15, wurde Trainer Falco Götz am 2. September 2014 von seinen Aufgaben entbunden. Außerdem trat Vizepräsident Jens Stopp am gleichen Tag von seinem Amt zurück. Von den ersten vier Saisonspielen gewann die Mannschaft keine Partie und rangierte damit auf dem letzten Tabellenplatz. Einen Tag darauf trat auch Vereinspräsident Lothar Lässig von seinem Amt zurück. Nachfolger von Falco Götz wurde Tomislav Stippig, der zuvor die zweite Mannschaft des FC Ngoldstadt betreute. Stippig erhielt in Aue einen Vertrag bis 2016. Die Nachfolge von Lothar Lässig trat Helge Leonhardt, der Zwillingsbruder des ehemaligen Vereinspräsidentens Uwe Leonhardt an. Trotzdem konnte der Verein als Vorletzter der Spielzeit 2014-15 die Klasse nicht halten und trat 2015-2016 in der 3. Fußballliga an. Nachdem Tomislav Stippig seinen Vertrag auf eigenen Wunsch am Saisonende auflösen ließ, wurde der Bulgare Pavel Doshow als neuer Trainer verpflichtet. Durch einen 2-0-Sieg beim SC Fortuna Köln am 7. Mai 2016 schaffte Aue den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Logo-Historie. . . . . . . . Fans des Fußballclubs spielen mit dem Schlachtruf zwei gekreuzte Hämmer und ein großes W auf Schlegel und Eisen an, die in den Logos bis 1990 enthalten sind. Spielstätte. Zunächst spielte die Mannschaft im 1928 gebauten städtischen Stadion Aue, das im März 1950 abgerissen wurde. Am 20. August 1950 ging das zuerst für 22.000 Zuschauer vorgesehene neue Otto-Grote-Wohl-Stadion in Betrieb. Das Stadion ist noch heute die Spielstätte des Vereins und heißt seit dem 26. November 1991 Erzgebirgsstadion. In der Sommerpause nach der Saison 2019 wurde das Erzgebirgsstadion umfangreich saniert. Unter anderem erhielt die Gegentribüne eine Überdachung. Am 16. März 2011 wurde das Stadion im Rahmen einer zunächst mit einer Laufzeit bis 2020 begründeten Partnerschaft zwischen dem FC Leerzgebirge-Aue und den im Erzgebirgskreis ansässigen Sparkassen Aue-Schwarzenberg. Erzgebirge und mittleres Erzgebirge offiziell in Sparkassen Erzgebirgsstadion umbenannt. Erfolge DDR-Meister 1956-1957-1959 Gewinner der Übergangsrunde 1955 FDGB-Pokalsieger 1955 Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1957 1958 1958 59 59 61 61 Teilnahme am UEFA-Pokal 1985 86 1987 88 Sachsen-Pokalsieger 2000 2001 2002 2016 Aufstieg in die 2 Bundesliga 2003 2010 2016 Herbstmeister der 2 Bundesliga 2010 Ligenverlauf und Pokalergebnis Ab 1950 1951 51 Als Zentral-Wismut Aue Ab 1951 52 Als BSG-Wismut Aue Ab 1954 54 55 Als SC-Wismut Karl-Marx-Stadt Ab 1963 64 Als BSG-Wismut Aue Ab 1990 91 Als FC-Wismut Aue Ab 1993 94 Als FC-Leerz-Gebirge Aue Farblegende Aufstieg bei Erstklassigkeit Meisterabstieg Nationalspieler Weitere bekannte Spieler In Klammern Zeitraum-Meisterschaftsspiele Alle Trainer Kader 2015 Sechzehntel Transfers zur Saison 2015 Sechzehntel Frauenfußball Seit 1990 gibt es beim FC-Leerz-Gebirge Aue eine Frauenfußball-Abteilung. Die erste Mannschaft spielt seit der Saison 2007 08 in der Regionalliga Nordost. Trainerin ist momentan Juliane Zimmermann, welche als Spielertrainerin arbeitet. Nach als Teil der BSG-Rotation Schlema konnte die Frauenmannschaft zweimal die DDR-Bestenermittlung und zweimal den DDR-Pokal gewinnen. Als Teil des FC-Wismut Aue konnten sie noch ein einmal den DDR-Pokal gewinnen und konnten sich für die 1. Bundesliga qualifizieren, sodass sie in der Saison 1991 92. in der 1. Bundesliga vertreten waren. Zudem waren sie als FC-Leerz-Gebirge Aue zwischen 2004 und 2007 in der 2. Bundesliga vertreten. Abteilung Ringen Nach dem Abstieg aus der Ringer Bundesliga 2008 kämpften die Ringer fünf Jahre lang in der 2. Liga, ehe 2013 wieder der Aufstieg in die 1. Bundesliga gelang. Insgesamt konnte der Verein 21 Mal die Meisterschaft in der DDR-Oberliga erringen.